Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des ADHS-Family-Podcasts, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Ja, ihr Lieben, heute habe ich einen ganz besonderen Gast zum Interview geladen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Primar Dr. Ralf Gößler, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutischen Medizin in einem der größten Krankenhäuser Wiens. Er ist Fachers für Psychiatrie, Neurologie und Kinder- und Jugendpsychiatrie, ist außerdem Psychotherapeut und begleitet Familien mit ADHS seit über 20 Jahren. Primar Gößler und ich werden uns heute über die Rolle der Medikamente im Therapiemix bei Kindern für ADHS und ADS unterhalten. Mir war es wichtig, euch hier einmal eine Expertenmeinung aus medizinischer Sicht zukommen zu lassen. Und zwar mit einem Experten, von dem ich durch die persönliche Zusammenarbeit weiß, dass er um das Wohl der Kinder und der Familien extrem bemüht ist und die Situation der jeweiligen Familie, die er betreut, immer sehr individuell betrachtet. Und genauso sollte es ja auch sein. Hallo, ich bin Anna, vor 15 Jahren noch verzweifelte Mama eines Kindes mit ADHS. Aber heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile 19-Jährigen, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Bevor es aber nun ins Gespräch mit Prima Gößler geht, habe ich noch zwei Ankündigungen für euch. Gleich zur ersten, viele werden ja wissen, dass in der vergangenen Woche ein Webinar stattgefunden hat, und zwar zum Thema Stressfrei durch Alltag und Homeschooling. Davon kann man seit gestern die Aufzeichnung ansehen, und zwar unter www.adhshilfe.net slash Webinaraufzeichnung. Wer also gerne bei diesem Webinar dabei gewesen wäre und es verpasst hat oder nur bei Teilen davon dabei sein konnte, kann sich bis zum 26. April die Aufzeichnung ansehen. Hier nochmals die Adresse für euch, das ist www.adhshilfe.net slash Webinaraufzeichnung. Ich verlinke dazu auch in den Shownotes. Und für diejenigen, die sich denken, ach, zum Thema Homeschooling, da weiß ich eigentlich in der Zwischenzeit gut Bescheid, bzw. da gibt es bei meinem Kind und bei mir eigentlich kein Problem, lasst euch gesagt sein, dass ganz vieles in diesem Webinar auch nicht die Homeschooling-Situation, sondern überhaupt das tägliche Miteinander betrifft. Und das Zweite, das ich euch noch sagen wollte, Dr. Gößler und ich hatten während des Interviews einige kleinere Empfangsprobleme, die an der einen oder anderen Stelle eine Silbe verschluckt haben, aber das tut dem Inhalt keinen Abbruch. Gut, dann lasse ich euch nicht länger warten, tauchen wir in die Episode ein. Ja, lieber Ralf, dann darf ich dich herzlich willkommen heißen zum heutigen Podcast. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier heute dabei zu sein. Und ich würde dich mal bitten, dich vorzustellen, in welcher Funktion du heute hier bist. Vielen Dank mal für die Einladung. Mein Name ist Ralf Gößler. Ich bin Facharzt für Psychiatrie und Neurologie und Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich bin auch Psychotherapeut, leite eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Abteilung im Krankenhaus Floridsdorf. Das ist das neue Spital über der Donau. Du bist ja auch noch Vorsitzende des Vereins ADAPT, der Arbeitsgruppe zur Förderung von Personen mit ADHS und dann auch noch im Vorstand der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, wenn ich das ergänzend hinzufügen darf. Ja, sehr gerne. Das sind Funktionen. Das ist mir ein bisschen zu gefallen, aber ich fülle sie gerne aus und ist mir auch eine Ehre natürlich. Okay, wunderbar. Gut, Ralf, dann darf ich dir die erste Frage stellen, wie du die Reaktion der meisten Eltern erlebst, denen du vorschlägst, also Eltern von Kindern und Jugendlichen mit ADHS, denen du vorschlägst, dass Medikamente auch Teil im Behandlungsmix sein sollten, wenn du sie für notwendig empfindest. Wie reagieren da die meisten Eltern drauf? Das ist sehr unterschiedlich. Es kommt einerseits auf den Leidensdruck an, der bereits besteht durch eine ADHS-Symptomatik, die vielleicht sehr viele Schwierigkeiten bereits macht, vor allem in der Schule oder auch zu Hause. Und es kommt natürlich darauf an, inwiefern die Eltern einerseits sich selbst schon Infos aus dem Internet oder von Freunden und so weiter besorgt haben. Und das Wichtigste, welche Einstellung sie generell zu Medikamenten haben und vor allem auch zu Psychopharmaka haben. Und hier wissen wir ja, sind die Einstellungen sehr unterschiedlich. Das ist interessant, weil du das jetzt gesagt hast, erlebst du Eltern, die Medikamenten gegenüber jetzt nicht so offen sind, also die so eher auf der Naturheilkundewelle unterwegs sind, erlebst du die eher doch vorsichtig und verschlossen? Ich meine, das jetzt herausgehört zu haben. Also würde ich jetzt so nicht unterstreichen. Also ich glaube, wichtig ist, die Eltern dort abzuholen, wo sie stehen. Insofern ist es, glaube ich, wenn es darum geht, dass man eine erfolgreiche Therapie oder erfolgreiche Unterstützung anbietet, wichtig, langsam fortzugehen und nicht mit der Tür ins Haus zu fallen. In einem persönlichen Gespräch, und ich glaube, man sollte sich dafür Zeit nehmen, kann man das ganz gut rausfiltern, welche Vorstellungen die Eltern haben, was sie alles schon wissen bereits über die Behandlungen, über die Möglichkeiten und auch welchen Leidensdruck sie haben. Und ich glaube, mit dieser Basis kann man dann sehr gut in ein Gespräch gehen und eine Beratung anbieten, die dann zumeist auch angenommen wird. Okay, super. Das heißt, es kommt auch wahrscheinlich sehr viel auf das Feingefühl des Behandelnden an und ob er die Eltern dort auch wirklich abholen kann, wo sie gerade wissensmäßig und auch, ich sage jetzt einmal, mit ihrem Herzen stehen, wie offen sie für alles sind, beziehungsweise wie sehr der Arzt dann das Herz der Eltern da öffnen kann. Ob jetzt führt Medikamente oder eine andere Behandlungsmethode, das ist ja dann, wie sie ja, von Fall zu Fall unterschiedlich. Ja, sag mal, was bereitet denn die größten Ängste im Hinblick auf Medikamente deiner Erfahrung nach? Was hörst du da so in deinem Berufsalltag? Naja, es ist generell so, dass Psychopharmaka und kindliches Gehirn oder jugendliches Gehirn, das dann sozusagen unter Einfluss dieser Medikamente stehen soll, das ist natürlich oder wird generell kritisch gesehen. Wenn ich mir das vorstellen würde für mein eigenes Kind, ein Experte empfiehlt mir Psychopharmaka für mein Kind, würde ich wahrscheinlich auch vorsichtig sein und doch im Sinne der besorgten Eltern viele, viele Informationen einholen wollen, vielleicht auch eine Überlegungsphase tätigen wollen oder mich mit einem anderen Experten besprechen wollen. Das heißt, insofern ist es verständlich, dass Eltern sehr, sehr vorsichtig sind. Sie wollen das Beste für ihr Kind. Sie wollen einerseits natürlich Behandlung, Unterstützung, aber sie wollen natürlich auch eine Kosten nutzen, Risikoabwägung, was ja auch verständlich ist. Das wollen wir auch als Experten. Insofern glaube ich, muss man den Eltern Zeit geben und wie gesagt, ich glaube, ein übertriebener Ehrgeiz, den Eltern was einreden zu wollen oder sie überzeugen zu wollen und sie stehen nicht hundertprozentig dahinter. Das ist hier vollkommen fehl am Platz. Ja, gut, das ist richtig. Das kann ich vollkommen nachvollziehen, weil du kannst als Mama und Papa dein Kind nur so begleiten, wie du es vor dir selbst verantworten kannst. Und da wird es eben auch, ja, da kommen so viele Parameter an, unter anderem natürlich auch auf deinen eigenen Wissensstand als Mutter oder Vater. Ich meine, man hört ja in den Medien immer wieder, dass die Medikamente für Kinder mit ADHS, was Gott was für Nebenwirkungen haben, dass sie süchtig machen können. Oder es wird ja fast schon behauptet, dass das so sei. Was ist an diesen Aussagen dran? Gut, es ist, also in den Medien hört man sehr viel und es gibt ja im Internet natürlich unterschiedlichste Meinungen und Einstellungen von Verteufelung der Medikation bis hin zu Lobgesängern. Und ich denke, eine seriöse Aufklärung, die eben fachlicher und einen empirischen Hintergrund beinhalten sollte, das ist das Allervernünftigste. Generell ist es ein weit verbreitetes Vorteil, dass Medikamente, die gegen ADHS eingesetzt werden und es werden ja Stimulantien eingesetzt, die potenziell eine Suchtproblematik, wenn sie vor allem von Gesunden eingenommen werden, hervorrufen können. Also das heißt, diese Stimulantien sind auch das Mittel der ersten Wahl gegen ADHS seit vielen, vielen Jahrzehnten. Die sind sehr gut erprobt. Die Kosten-Nutzen-Relation für die Kinder, für die Jugendlichen ist exzellent, muss man sagen. Und es ist so, dass diese Behandlung, wenn sie fachlich korrekt durchgeführt wird, die Kinder entsprechend therapiert sind, eine Suchtproblematik verhindert. Das heißt, genau das Gegenteil ist der Fall, wenn entsprechende Medikation eingenommen wird und eben das Zustandsbild sich bessert. Weil, was wir erleben, und da gibt es auch sehr, sehr viele Berichte in den Medien, aber auch im Internet, dass wenn Kinder nicht oder Jugendliche nicht entsprechend behandelt werden, dann versuchen sie sich selbst zu behandeln. Und eine Selbstbehandlung ist sehr häufig mit illegalen Substanzen. Und diese illegalen Substanzen, die eben dann entspannen oder die eben eine bessere Konzentration hervorrufen, die eben die Symptome von ADHS bekämpfen, diese illegalen Substanzen machen erst rechtssüchtig. Ja, du hättest das jetzt nicht besser auf den Punkt bringen können. Ich werde ständig mit dieser Frage konfrontiert, was denn mit diesem Suchtpotenzial der ADHS-Medikamente, was es damit auf sich hat. Und natürlich haben Eltern Angst davor, eben weil in den Medien so viel darüber gesprochen wird. Und die Antwort, die du jetzt gegeben hast, ist das, was ich auch immer sage, logischerweise, weil wir wissen es ja, dass sich Kinder dann selbst, Kinder, Jugendliche dann selbst therapieren. Und das unter nicht kontrollierten Bedingungen natürlich, kann richtig ins Auge gehen, während man Medikationen unter kontrollierten Bedingungen bekommt. Ich verstehe die Eltern natürlich, dass sie diese Vorurteile haben. Man muss dazu sagen, neben der verschiedenen Einstellungen, auch negativen Einstellungen, die übers Internet transportiert werden, ist es natürlich so, dass Stimulantien eben Rufesuchtmittel haben. Und was man auch dazu sagen muss, der Facharzt muss auch die Stimulantien auf einem Suchtgiftrezept ausstellen. Das heißt, es bedarf wirklich einer guten und seriösen Erklärung der Eltern, dass hier nicht ein Suchtmittel verordnet wird, das dann ihre Kinder süchtig macht, sondern eben genau das Gegenteil damit bezweckt werden soll. Wie richtig gesagt worden ist, es gehört eine engmaschige fachärztliche Kontrolle her. Es gehört die Aufklärung her, wie ich eben bereits gesagt habe. Und es gehört schon auch ein Monitoring von verschiedenen Laborparametern. Also man sollte ab und zu eine Blutabnahme machen, EKG und Blutdruck kontrollieren. Und was man natürlich machen kann in Absprache mit den Eltern, man kann immer wieder auch Pausen, Medikationspausen einlegen, wenn das gewünscht ist. Und man wird sehen letztendlich, dass das mit den Kindern sehr gut geht. Wunderbar, super. Klingt alles sehr beruhigend, außer natürlich diese, ich sage jetzt einmal Wörter wie Suchtmittelrezept und so weiter. Natürlich schreckt das die Eltern ab, so wie du sagst, aber wenn das gut begleitet wird, dann, so wie du sagst, tritt genau das Gegenteil dessen ein, was die Eltern eigentlich befürchten. Jetzt sag mal, ich meine, wir haben jetzt über Verschiedenes gesprochen. Was sind denn die positiven Effekte dieser Medikamente im Wesentlichen, die Kinder verabreicht bekommen? Also die, vielleicht vom Wirkprinzip, die empirische Forschung zeigt uns, dass vor allem im Bereich, in verschiedenen Hirnbereichen, der Stoffwechsel mit verschiedenen Neurotransmittern beeinträchtigt ist, bei von ADHS-Betroffenen, Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen. Und hier ist vor allem zentral der Neurotransmitter-Dopamin im Fokus. Und zwar zeigen alle Daten, dass es zu einer Unterversorgung von Dopamin kommt, in bestimmten Hirnarealen. Und die Medikamente, Stimulantien, aber auch andere Medikamente, es gibt ja einige wenige, Nichtstimulantien, aber sie machen in Wirklichkeit unterm Strich alle dasselbe. Sie steigern den Dopaminstoffwechsel, beziehungsweise die Wirkung von Dopamin. Und es kommt dadurch relativ blitzartig, die Medikamente. Das ist vielleicht ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Die Wirkung der Medikamente setzt sehr rasch ein, und man kann sehr rasch evaluieren, wirken sie, spricht mein Kind an oder wirken sie nicht. Und durch diese Normalisierung des Dopaminstoffwechsels verschwinden auch die Kernsymptome von ADHS oder sie bessern sich massiv. Das betrifft vor allem eben diese Aufmerksamkeitsproblematik, die Impulsivität, aber auch die motorische Unruhe, wie wir sie bei den Kindern finden. Jugendliche oder ältere Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene erleben das wie Tag und Nacht. Auch manche Eltern sagen, mein Kind ist vollkommen anders, funktioniert in der Schule sehr gut, es erbringt gute Leistungen, merkt sich die Hausübungen, die in der Schule aufgegeben werden, schiebt Dinge nicht mehr so vor sich her und so weiter. Also es kommt wirklich zu einer dramatischen Veränderung der Leistungsfähigkeit und zu einer, ich würde sagen, Normalisierung. Das Kind kann seine Begabungen umsetzen und kann auch entsprechend in der Schule, aber auch im sozialen Konnex mit den anderen Freunden oder Mitschülern kann es realisieren. Was natürlich dann wiederum eine wahnsinnige Auswirkung auf den Selbstwert hat, weil wenn das Kind endlich seine Talente, seine Potenziale ausschöpfen kann, so wie du das gerade beschrieben hast, dann ist es endlich aus dieser Negativspirale heraus und kriegt nicht ständig eins obendrauf und erfährt nicht tagtäglich bei hunderten Dingen, dass es nicht dasselbe kann, was die anderen können und wird auch nicht so oft zurechtgewiesen. Also ich könnte mir vorstellen, dass hier mit dem Selbstwert wirklich einiges Positives auch sehr rasch passieren kann. Natürlich dauert das, bis ein Kind seinen zerflödernden Selbstwert wieder einigermaßen aufgebaut hat mit der Hilfe seiner Eltern, aber ich denke auch, dass das genau diese Problematik ist, warum die Kinder dann schlussendlich süchtig werden. Nicht nur, um sich zu beruhigen, sondern auch um diesen Leidensdruck zu entgehen. Ich versage ständig. Ich kann mir vorstellen, dass das oder wie erfährst du das eigentlich? Genau, das kann ich nur unterstreichen. Also ich glaube, das wird viel zu sehr unterschätzt, welche Auswirkungen, Folgewirkungen eine ADHS-Problematik für den Betreffenden oder die Betreffende hat. Dadurch, dass ganz viele Leistungen nicht entsprechend erbracht werden können. Die Kinder verzweifeln. Sie lernen und können das Erlernte nicht umsetzen. Sie strengen sich an, sie bemühen sich in der Klasse, sich diszipliniert zu verhalten und sie schaffen es nicht, weil das ADHS in Wirklichkeit mit der Person etwas macht. Eben diese Unruhe letztendlich, die nur kurzfristig kontrolliert werden kann und die dann immer wieder auftritt. All diese Dinge wirken sich äußerst negativ auf den Selbstwert aus. Diese ständige negative Beurteilung. Du kannst dich an keine Regeln halten. Du bist dumm. Also viele, viele negative Erfahrungen an Berichten, Patienten mit ADHS. Und was hinzukommt, dieser negative Selbstwert, der wirkt sich oft auch auf die Eltern aus, denen vorgeworfen wird, sie könnten ihre Kinder nicht erziehen oder sie hätten dumme Kinder. Sie würden ihre Kinder nicht entsprechend strukturieren können. Sie wären nicht mehr eingeladen auf Geburtstagsfeiern und so weiter. Also das heißt, wir haben hier eigentlich eine Selbstwertkrise von Betroffenen, aber häufig auch von der gesamten Familie. Und das ist schrecklich. Also ich glaube, diese Spirale, diese negative Spirale sollte unterbrochen werden. Und das gelingt sehr häufig, Gott sei Dank, mit einer entsprechenden Behandlung. Wunderbar. Gibt es sonst noch irgendetwas, das du unseren Hörern mitgeben möchtest als Neurologe und Kinder- und Jugendpsychiatra? Ja, ich möchte schon das Bild sozusagen der Behandlungsstrategien komplett machen. Medikamente sind nur ein Teil. Das ist sehr oft ein wichtiger Teil der Behandlungsstrategien. Aber wir haben ja auch viele Behandlungsmöglichkeiten, die nicht medikamentös sind. Das sind einerseits ganz wichtig, die Beratung der Eltern. Wir sprechen von ADHS-Elternberatung. Also wie gehe ich mit meinem Kind? Das diese Symptome zeigt. Das sorgt auch für häufig nicht nur für Information, sondern auch für eine Entspannung. Es wird zugehört in diesen Gruppen. Dann Selbsthilfegruppen, ganz, ganz wichtig, um sich mit Eltern, die ähnliche Erfahrungen gehabt haben, sich auszutauschen. Dann gibt es Therapien für die Kinder natürlich auch. Die sind eher auf einer strukturellen oder verhaltenstherapeutisch orientierten Ebene. Ganz, ganz wichtig. Also wo Kinder dann selbst lernen können, einzelne Symptome besser zu kontrollieren. Und vielleicht ergänzend ist erwähnt, eine Medikation, weil wir die so im Fokus gehabt haben, ist natürlich nicht unter allen Umständen notwendig. Also wir wissen mittlerweile, dass ADHS in unterschiedlichen Intensitätsgraden auftritt. Also es gibt die milden Formen, die mittleren und die sehr schweren Formen. Und natürlich entsprechend der jeweiligen Ausprägung sollten dann eben die Behandlungsmaßnahmen abgestimmt werden. Also das heißt, die Interventionen oder das Therapiesetting, die Therapiestrategien sind unterschiedlich und immer sehr individuell an den jeweiligen oder die jeweilige Betroffene anzupassen. Und die Basis von allem, auch das sage ich immer wieder, ist, dass die Eltern informiert sind, weil nur informierte Eltern wissen, wie ihre Kinder ticken und wie sie ihre Kinder gut begleiten können. Und wenn da in der Beziehung zu den Eltern alles stimmt, dann ist schon ganz viel gewonnen. Stimmt. Dann vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Gibt es noch irgendwas, das du unseren Hörern noch mitgeben möchtest oder denkst du, du hast das Wesentlichste gesagt? Also vielleicht ganz, ganz wichtig ist, und ich glaube, da spreche ich den Eltern aus dem Herz, und ich versuche sie zumindest zu stärken, dass sie durchhalten mögen, dass ihre Kinder gescheite Kinder sind, intelligente Kinder sind, auch wenn sie Schwierigkeiten machen, Nicht-ADHS-Eltern müssen ganz, ganz viel aushalten, weil viel Kritik kommt von der Schule, von der Gesellschaft. Verzweifeln Sie nicht, glauben Sie an Ihr Kind. Ich kenne viele, viele von ADHS-Betroffenen, die dann ganz erfolgreiche berufliche Karrieren gemacht haben. Und vor allem sind diese Menschen auch oft sehr liebenswerte und empathische und emotionale Menschen und insofern nicht aufgeben, sondern weiterkämpfen. Alf, das waren wunderschöne, abschließende Worte und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir. Sehr gerne. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, das Interview ist ein weiterer Puzzlestein für eure Entscheidungsgrundlage bezüglich Medikamenten gewesen. Das heißt, ich hoffe, der eine oder andere konnte sich aus diesem Gespräch mit Dr. Kößler etwas für sich und sein Kind mitnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass vor allem die Aussage eines Mediziners mit jahrzehntelanger Erfahrung, dass Medikamente nicht süchtig machen, sondern im Gegenteil die Suchtproblematik deutlich reduzieren, für viele von euch sehr wichtig gewesen sein wird. Und auch Dr. Kößlers Abschlussworte werden hoffentlich noch lange in euren Ohren nachklingen. Dass unsere Kinder etwas ganz Besonderes sind und dass sie, wenn sie gut begleitet werden, im Leben glücklich und erfolgreich werden können. Abschließend erinnere ich euch nochmals an die Möglichkeit, das Webinar in der Aufzeichnung anzusehen unter www.adhshilfenet slash Webinaraufzeichnung Ja, ihr Lieben, dann hören wir uns hoffentlich nächsten Donnerstag wieder.